ja da sind wir für uns sind wieder in ordnung wo das problem lag weiß ich immer noch nicht hoffen wir mal dass das so bleibt oder wenn es halt ein zweimal passiert müssen wir damit leben jetzt läuft es auf jeden fall wieder gerade vielleicht war der pc auch mit irgendwas überlastet weil es sicher ständig irgendwas immer updated auf pc ist also wer weiß so wir sind wieder mal angeschlagen jetzt auch und wir sind die kongel wo 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 Schauber. Shit. Shit, shit. Warum kam der so angejoggt jetzt? Oh. Nicht gut. Das war wieder mal die falsche Entscheidung. Aber egal. Ich muss mit falschen Entscheidungen leben. Ich kräfte ja andauernd. Yo. So. War's das? So. Das sieht gut aus, ne? Ja. Das sieht gut aus. Das war der Strom. So. Und jetzt kommen noch ein, zwei. Ein, zwei etwas fiesere Sachen, aber dann... Oh, scheiße. Nee, eigentlich kommen hier viele fiese Sachen. Ja. Schnell ist hier, Mann. Ah, fuck you. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Scheiße. Ah, fuck. Ah, das ist wieder mal eine missliche Situation meinerseits. Aber, haben wir anscheinend noch mal hingekriegt. Ich hab nur nachgeladen. Da bleibt man locker. Ah, ja. Ah, ja. Jetzt lässt mir das aber genau so. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Mein Gott. Wenn mir mehr als zwei Leute zugucken würden, dann würde ich bestimmt, also wenn das hier viele Leute gucken würden, dann würde ich bestimmt eingereiht werden unter die peinlichsten, dümmsten Tode, die man in Resident Evil sterben kann. Fick doch die Hähne. Nein. Scheiße. Das war's. Soll ich das noch ein paar Mal betonen? Das war's. Oh. Konzentration. gut na also muss ja auch mal klappen das war ich weiß ich bin geizig ich könnte locker irgendwelche scheiß heil sachen benutzen aber wenn mich der computer einmal mit und durch so eine scheiße wenn ich einmal durch die scheiße gestorben bin ich kann es mir nicht neben das ist das ja dafür können wir ihn dafür lieben wenn er was hier nur mit frauen umgeht ja das ist eine gute idee den sperren war aus man kann die versuchen mit den mit den fässern zu bekämpfen mit dem brand fässern aber ich bin lieber in den direkten weg zu töten läuft ja im moment ganz gut wie man im video davor gesehen hat mit dem treffen ja 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 so holen wir uns das geld und nehmen sie gleich wieder mit in der hoffnung dass ich das jetzt auch alles genauso gut hinkriege ja ja und jetzt kommt auch bald schon wieder eine stelle die hasse ich will die fest äh es ist unglaublich wie sie echt die hasse so und da ist mir die olle garke auch gerade also mir bleibt jetzt geistig übrig kann jetzt gar nicht geistig sein da hätte ich vielleicht ein bisschen zielen sollen also auch wenn man natürlich ein adleroge nennen könnte aber habe ich schon mal erwähnt dass ich dieses gewehr liebe ups das war der arm und jetzt kommt eigentlich eine stelle die ich gerade meinte an der ich normalerweise wirklich oft verrecke was wir jetzt weil ich schon so oft unnutz gestorben bin vermeiden werden hoffentlich ja hängt durch das Ja, ich hätte es gerne so. Ich wäre gerne so einer wie Shine, der immer schafft, ohne zu verrecken, irgendwo durchzukommen. Ich bin leider nicht so gut. Werde ich auch in diesem Leben nicht mehr. Dafür ist es zu spät. Ja. Genau so. Genau so. Hier seid alle Versager. Gut, da haben wir es. Das laden wir gleich nach. Das wird jetzt nämlich gleich in den nächsten paar Sekunden, Minuten für uns sehr wichtig sein. So, und dann hoffen wir, dass das reicht für uns. Ich weiß, das ist widergeizig. Oh Gott. Das ist mein Untergang. Ja. Okay, Leute. Party time. Und so schnell, dass man kaum reagieren kann. Alter, was für ein Dreck. Yo, das war gut. Das war gut. Oh, shit. 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 Nein, 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 nein. Nicht sie, nicht sie, nicht sie. Nimm mich. Oh, Gott sei Dank. Beim ersten Schuss weg. Oh, Gott sei Dank. schon wieder so ein dicker, wie viele kommen denn da vorn? Ist er zurück aus der Lava rausgekrochen oder was, dass ich nur einen Schuss gebraucht hab? Oh, die können aber auch immer von über... Alcom Gut, das lassen wir Ashley bedienen, in der Hoffnung hier ärgert sich keiner denn genau da müssen wir durch und... Oh, das war ein netter Zufall Oh, ich hasse diese Stelle, ich schwere, ich hasse diese Stelle Gut, 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 gut Das, wenn jetzt nichts mehr ganz grob schief geht, fass ich nicht Alter Schwede Okay, 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 scheiß drauf, weg hier Ich bin normalerweise einer, der die Sachen fertig macht, aber ich hab gerade keinen Bock mehr drauf Jetzt hätte ich einen, ja, normalen Tod sterben können Den vermeiden, weil ich spare mir das wieder für eine dusselige Stelle auf So, haben wir mal wieder so einen Kollegen hier Einer, der nur drei Parasiten hat, trägt Was das Geld nicht mehr in der Wasser gibt So, hier müssten wir nochmal einen Merchant haben Weiß ich nicht, wir kriegen aber ein, zwei Items Ja, ne Brandgranate Ja, ne Brandgranate Ach, natürlich Da hab ich aber gar nicht getroffen Das ist aber nah So Nimm mal Ja, und da hab das schon, hab das mal gesehen Wesens, dass er sich regeneriert Jetzt regeneriert er gar nicht mehr, außer sein Arsch da ihm platzt Der, die Roulade klemmt So Ja, das gefällt mir ehrlich schon mal viel besser Ja, das gefällt mir ehrlich schon mal viel besser So, von dem müssten wir alle linken Kerle weg haben, von den Regenerateurs Wenn nicht, dann fehlt aber auch nur einer Ja Das lassen wir Ashley machen Ja Leih es zu mir, Leon Der Regenerateur Jawoll. Wieder eine Erweiterung mehr. Ach genau, hier haben wir nochmal unseren Kumpel Grobi. Ein rotes Kraut. Ja, boi. Ja, boi. Ja gut, ich würde sagen, damit kommen wir zum Ende von diesem Video. War ja erstmal Aufregung und Tote mal wieder genug. Also satt. Und dann speichern wir und sehen uns quasi im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber und euer TheShepherd82.